Ich versteh dann so ne Leute nicht ey. Ja und die ist immer noch da ey. Oder der, die, das, whatever. Ich würd mir so gehen jetzt was zu trinken holen. Ach komm Arschleck nicht um mir was zu trinken holen. Ach komm Arschleck nicht um mir was zu trinken. Und ich steh dann bestimmt wieder die erste Minute und nehm mich um. Ich muss das doch, ich muss das doch, ich muss das doch. Naja das sind nur 20 Sekunden. Immerhin. Hm. Ah. So ein Bullshit. Das sieht aus als wenn wir das wiederholen was wir gerade eben gemacht haben. Oh ja. Und vorbei. Okay. Okay. Hm. Hmm... Hmm... Oh, der ist schon wieder lang... What the heck macht der? Ach so, der will da unten... Naja... Das muss einem doch gesagt... Ich denke nur, was ist das für ein Dusselkopf? Ja, siehst du, genau deswegen... Wir kommen nicht voran... Hmm... Hmm... Wo ist die? Hmm... Ach, der steht noch in der Mitte... Ich such den, ey, wo ist der denn? Hmm... Hmm... Nicht cool... Hm... Jochen... Ah... Hmm... für die nico spielt gegen uns ist ohne gefühl verstehe ich auch gegen die anderen er weiß er ist das schon komm komm das waren ganz schön knappe Dinge ich bin trotzdem der Meinung der Nico der arbeitet gehen mit dem Zeitpunkt ja 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 wo kann der Nico nicht auch gehen in in 2017 ich weiß nicht das ist so ein typischer Fall von ich hab sofort Hass auf diesen Typen weil er irgendeinen Scheiß gemacht hat und dann sehe ich das nochmal dann hat er wieder irgendeinen Scheiß gemacht und wie kommt man aus dem Match wieder aus? ich checket nicht ich checket nicht wenigstens hab ich jetzt was zu trinken ich hab noch viel mehr Scheiß gemacht also von daher nobody cares also ich weiß nicht falls irgendjemand meinen Sohn hört sagt mir bitte Bescheid ich bin der Meinung ich hör den die ganze Zeit ich muss mir noch irgendwas überlegen wie ich unterwegs Sachen hochladen kann das wird wohl nicht gehen tja und da sehe ich das große Problem an der Switch für mich persönlich also ich will mächtiger dann mein Switch Gameplay aufzeichnen wenn ich aber unterwegs bin mag ich auch spielen und ich mag jetzt nicht extra 2 Zelda Save Stats machen damit ich in Ruhe spielen kann dann kenne ich schon alles und dann ist das nicht mehr wirklich blind im Video so so ein mobilen Dings wird es wohl nicht geben hm mobilen aufzeichnen ich meine was wird Nintendo da verbaut haben in dem Dock meine Güte warum treffe ich die denn alle nicht boah ist es mir zu kalt oder was ich habe mich so aufgeregt er fängt schon mit der Nose an die Eng gerade ne die Farbe die Farbe sagen gut das heißt die Farbe nicht die Muni du die Farbe lege ja das war mal richtig legey ey kommt halt aus japan, was soll ich erwarten, der wohnt auf der anderen seite der erde ja ebenso oh my goodness keiner will ich doch sagen, was ist denn los chaos stiften kann ich am besten ist egal, hauptsache wir sich führen erstmal, was du es erstmal wusst muss man die Führung mal halten das sollte ich glaube ich kein Problem darstellen oder auch doch, vielleicht ja doch es explodiert gleich wies das ist schon wieder so typisch boah, von beiden sind echt sauber, wenn mir ist der Zettknopf im Popo ey also diese andere mhm mhm warum bin ich so schlecht mhm erstmal wer die Führung ausbauen mhm 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 Ich suche mir jetzt andere Leute.